Willkommen zurück zu Runaway Express Mystery, der Folge 2, wo wir jetzt in Paris abhängen. Und in der letzten Folge ist noch Folgendes passiert, dass unsere Kinder von den Zugschaffnern entführt wurden, von den Runaway Express. Und wir müssen jetzt einen Mordfall aufklären, der in Paris passiert ist. Wir haben als letztes einen Forensik-Koffer bekommen, eine Quittung haben wir bekommen, eine zusammengefügte, beziehungsweise die haben ja wir zusammengefügt. Jetzt gucken wir mal weiter. Oh, voll schön. Also Paris hat echt was, wenn es Sommer ist. Ich schätze mal, dass es Sommer ist. Können wir irgendwas anschauen. Die Katzen können wir leider nicht streicheln. So wie fast in jedem Wimmelbildspiel bis jetzt. Okay, da können wir noch nichts machen. Gehen wir erstmal ins Hotel. Ich glaube, das ist das Richtige. Ah, den sprechen wir doch gleich mal an. Guten Tag. Guten Tag, Mademoiselle. Kann ich Ihnen helfen? Fangen wir mal über Lord Parkinson aus. Ich suche nach meinem Geschäftspartner, Lord Parkinson. Können Sie mir sagen, ob er Ihr Hotel besitzt hat? Tut mir leid, Mademoiselle. Wir geben keine Informationen über unsere Gäste heraus. Das wäre ein unhöflicher Kerl. Der Empfangsherr wird mir nichts sagen, aber das Gästebuch hilft mir sicher weiter. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Okay, hier haben wir irgendwas zum Öffnen. Ah, eine Münze. Gut, 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 gut. Ich hoffe, man hört die nächtlichen Nachtäulen da draußen nicht. Denn ich habe gerade mein Fenster offen, um zu lüften. Es ist halt das Typische. Es ist Wochenende, es ist Samstag. Was macht man nichts Besseres, als in irgendeine Kneipe zu gehen und sich den Alkohol zu ergeben? Und das ist dann das Resultat da draußen. Na komm, ich will die Zeitung. Gib her. Wegen der Zeitung, die ich im Hotel gesehen habe. Okay. Okay, gehen wir mal kurz dahinter. Das war klar, dass das verschlossen ist. Da ist irgendwas dahinter. Sieht aus wie eine Schaufel. Die Tür ist verschlossen, aber sieht nicht sehr stabil aus. Okay, was haben wir hier? Das Ventil ist rostig. Ich kann es nicht bewegen, aber wir haben doch Öl mit dabei. Dup, dup, dup. Oder pff. Das ist mir auch nein. Ich glaube nicht, dass es so länger hier bleiben soll. Jupp. Ja, jetzt können wir ganz schnell gucken. Ja, das ist, schaut aus, das gibt mir, ah, da, den Stift kann man noch nehmen. Schauen wir mal. Ich dachte, Lord Parkinson wohnte im Zimmer 1007. Ich muss auf das Zimmer. Gleich wieder nächster Beweis. Die Quittung. Eine Quittung, die in einer Unterführung in der Nähe der Paris-Bahnhofs gefunden wurde. Lord Parkinson unterschrift ist darauf. Er wohnt mit seiner Frau im Hotel Gerteur de Rosson. Zimmer 1007. Könnte das der Tatort sein? Eventuell. So, was können wir noch machen hier? Ah, da hat sich was durchgedrückt. Gut. Ja, bevor wir jetzt das machen. Ach, das kann ich nicht miteinander verbinden, oder wie? Alles klar. Das ist die Passagierliste. Das sind Lord und Lady Parkinson. Hm, Merkulik. Lord Parkinson sagt, er sei nach Istanbul gereist. Doch, hier steht, dass er in Budapest ausgestiegen ist. Hm. Dann weiß er doch nicht mehr alles so genau. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich zuordnen, wer was ist. Das bist du, glaube ich. Das bist du. World Major Barnaby ist wahrscheinlich der hier. Frau Optin plus Kind, das ist wahrscheinlich das hier. Evelyn Somerset, das ist sie. William Helwitt. Könnte er sein. Lady Parkinson wahrscheinlich. Die? Okay. In dem Artikel steht, dass es sich um ein Bild von Lord Parkinson und seiner Frau bei einem Besuch in Paris handelt. Aber ich sehe ihn nirgendwo. Ich frage mich, wer all die anderen Personen sind. Wer diese Person ist, wahrscheinlich er. So. Dann können wir wahrscheinlich hier gerade nichts machen. Ja, wenn du dich so dumm anstellst, können wir auch nichts dafür, Kollege Turnschuh. So. Ich glaube, wir können mal kurz die Karte nutzen. Wir müssen hier noch was machen. Hä? Okay. Sieht aus wie ein Coach. Bei dem Brettspiel, das ich meinen Kindern gekauft habe, war auch so einer dabei. Wie er wohl funktioniert? Ich würde mal vermuten, hiermit. Bleib im Budapest. Wer hat diese Nachricht geschickt und an wen war sie gerichtet? Hm. Das werden wir wohl rausfinden. Geheimnachricht des Hotels. Bleib im Budapest. Was bedeutet das? Wer soll in Budapest bleiben? War der Verfasser ein Ausländer? An sowas ging aus Linsel? Nein. Das stand da. Was ist das? Farbe? Kaffee? Die Zeitung ist jedenfalls unleserlich. Okay. Okay, da unten glänzt was. Oder müssen wir das erst... Äh, lass mir raten. Wir müssen das erst anklicken. Damit Magd-Mossel hier... ...darunter geht und sich das anschaut. Hm, dachte ich mir schon. Na komm, das passt doch da rein, das Auri-Zeichen. Gut, jetzt kann ich ein Zimmer mieten. Kann ich Ihnen helfen, Mademoiselle? Zimmer 10 07, bitte. Ich würde gerne Zimmer 10 07 reservieren. Excellent choice. That will be 50 francs. Hier bitte. I'm sorry. Thank you. Here is your room key. Enjoy your stay, Mademoiselle. Ja, danke, hier ist ihr Zimmerschlüssel. Einen schönen Aufenthalt, Mademoiselle. Unfreundlicher Idiot. Tschöne. Dann schauen wir uns mal hier rein. Von Daddy Parkinson an, ihrer Schwester. Ihre Schwester. Sie entschuldigt sich, dass sie sich in eine Weile nicht sehen werden. Und sagt, dass sie endlich ihr Glück gefunden hat. Es scheint, als hätte Lady Parkinson geplant, ihren Ehemann für jemand anderen zu verlassen. Und es ist unschwer zu erkennen, weshalb. Der Mann ist nicht gerade ein Charmeur. Deutsche Sprache, schwere Sprache, sage ich nur. Ein Brief von Lady Parkinson an ihre Schwester. Sie entschuldigt sich dafür, dass sie sich lange nicht gesehen haben. Sagt jedoch, dass sie endlich ihr Glück gefunden hat. Interessant, war sie unglücklich verheiratet? Das kann durchaus sein. Okay, wir haben einen Autoschlüssel und einen Lappen. Für den Lappen. Ja, ich weiß, der Lappen hockt hier oben. Warte, Moment mal. Moment, 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 Moment. Kann ich das hier sauber machen? Nö. Alles klar. Er hat es geschafft abzudrehen. Kann ich das hier sauber machen, wenigstens? Dadurch ist eine blutbeschmierte Schaufel. Ich muss sie mir genauer ansehen. Aber dazu brauchen wir, glaube ich, erst ein Brecheisen. So. So. Schauen wir uns mal hier um. Was machen alle diese Gemälde hier? Ah, da haben wir doch ein Brecheisen. Noch mehr Gemälde. Mehr kann ich hier nicht machen. Dann gehen wir nochmal ins Hotel. Und brechen das Ganze hier mal auf. Okay, hier wurde was verkraben. Das nehmen wir mit. Das können wir dafür in den Zug nutzen. Hier ist eine Schaufel. Hier hat kurz vor jemanden gegraben. Hier sieht man doch schon, dass das Fingers sind. Ach du meine Güte, eine Leiche an der Hand scheint etwas zu fehlen. Okay. Okay, dann haben wir einen Handschuh. Mal sehen, müssen wir jetzt... Müssen wir wahrscheinlich jetzt... Jetzt haben wir gerade keine aktuelle Aufgabe. Okay. Nein, ich will doch nur raus aus der Hütte. So. Jetzt gehen wir mal dahinter. Ist das offen? Wir lassen das bitte schön offen. Ganz ehrlich. Das ist ganz schön naiv, finde ich. Wow. Okay. Drehe alle Kreise, um die Symbole in der richtigen Reihenfolge anzuordnen. Okay. Moment, das muss hier Wasser mit Wasser zu tun haben. Hmm. Wir schauen auf. Okay. Wij für squidatmen. Okay. Wir lassen uns das impress75. Okay. Wir lassen uns das ужас fühlen. Wir lassen uns das Gelassen. Jawoll, da haben wir es gekriegt. Da haben wir jetzt was Verknülltes bekommen und einen Schlüssel. Schauen wir mal, was das ist. Ein Kaufvertrag über 5000 Pfund. Die Unterschrift fehlt, aber was bedeutet, dass die Transaktion abgebrochen wurde? Was bedeutet, dass der Kaufhandel abgebrochen wurde? Mein Deutsch, hey. Oder die Texte gehen viel zu schnell vorbei und ich versuche die ganz dringend schnell zu lesen. Das wird wahrscheinlich eher der Fall sein. Ein zerknüllter Vertrag über den Kauf von Gemälde von Lord Parkinson. Er ist nicht unterzeichnet, also muss die Transaktion abgebrochen worden sein. Aber warum? Sonst hier noch was? Ein Moment mal. Das ist die gleiche Unterschrift von Lord Parkinson. Das kann nicht sein. Weil schaut mal, Parkinson, wufft, und dann hier Lord Parkinson. Die sind nicht identisch. Wie erwartet, sind die Unterschriften verschieden. Lord Parkinson sagt, dass er in Paris übernachtet hat und die Quittung und seine Unterschriften im Gästebuch des Hotels bestätigen das. Das würde auch bedeuten, dass die Unterschrift aus... Ja, das kann ich wieder nicht lesen. Eine Liste von Gemälde, die Lord Parkinson zum symbolischen Preis von einem Pfund verkauft hat. Was ist der Grund dafür und warum hat er den Vertrag mit Lord Parkinson und nicht mit seinem vollen Namen unterzeichnet? Hm, das werden wir noch rausfinden. Ich habe Lord Parkinson's Unterschrift auf der Hotelquittung mit der auf der Gemäldeliste verglichen. Und sie sind nicht identisch. Was, wenn Lord Parkinson die Gemälde nicht verkaufen wollte? Das würde bedeuten, dass die Unterschrift aus der Galerie gefälscht ist. Oh, 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 das ist böse. Wenn man merkt, dass da was nicht stimmt. Was haben wir hier? Sieht aus wie ein Gemälde, Farbverkauf oder sowas ähnliches. Guten Tag. Hallo, meine Liebe. Möchten Sie etwas Farbe kaufen? Ich bin mir noch nicht sicher. Danke. Ich bin eine Geschäftspartnerin von Lord Parkinson's und er hat mir gesagt, er verkauft hier einige seiner Gemälde. Ach, wirklich? Ja, darf ich Sie sehen? Ich habe immer seine Sammlung bewundert. Das muss ein Missverständnis sein. Lord Parkinson hat hier nichts verkauft. Er hat bezüglich der Gemälde von Lord Parkinson gelogen. Das ist ein deutlich Blut, Freunde. Keine Farbe. Was ist hier passiert? Da ist Blut auf dem Boden. Blut? Nonsens, meine Lieber. Das ist nur Farbe. Er lügt. Ich weiß, dass es Blut ist. Dieser Mann ist ein cleverer Lügner. Er sagt nicht die Wahrheit über Lord Parkinson's Entscheidung, die Gemälde zu verkaufen oder über das Blut auf dem Boden. Da meint einen weiteren Verdächtigen in diesem Mordfall. Wo muss er denn? Ach, da. Dieser Mann ist ein sehr schlauer Lügner. Er hat nicht die Wahrheit über Lord Parkinson's Entscheidung, die Gemälde zu verkaufen oder über das Blut auf dem Boden gesagt. Oder ist da noch was? Ah ja, das Blut. Das auf dem Boden der Kunstkategie sieht nach Blut aus. Ich glaube, ich habe den Tatort gefunden. Ja. Und hier haben wir wieder ein Detektiv-Wimmelbild-Rätsel. Das nenne ich jetzt einfach mal so. Okay, Zeit haben wir noch. Wie gesagt, ich mache dieses Let's Play ein bisschen länger. Jetzt brauchen wir erstmal Schmetterlinge. Da helfen wir mal der Raupe hier zum Schmetterling zu werden. Da unten ist der Pinsel. Und dann sind hier eins, zwei, drei Blumen. Dann ein Brief. Und dann glaube ich ein, na komm, eins, zwei, drei Herzen. Dann eine Feder. Da oben ist eine Brille. Dann brauchen wir ein Zebra. Dann machen wir aus dem Pferd einfach mal ein Zebra. Der müsste eigentlich neben uns voll ausflippen, weil wir das Kunstwerk kaputt machen. Jetzt brauchen wir nur Fingerabdrücke. Zwei Stück an der Zahl. Hier ist einer. Na komm, Patschhand gibst du auch bestimmt hier im Bild. Wollen wir es mal so? Hier. Okay, im Gemälde hätte ich es jetzt eher vermutet. Da ist ein Fingerabdruck. Soll ich mit... Okay, doch, mit einem Gemälde. Und da ist ein Ring. Ein Goldring mit den Initialen Joe P. Wie war doch gleich der Lord... Wie war gleich Lord Parkinsons Vorname? Ich glaube, er sagte Jonathan... Jonathan... Ja, genau. Jonathan Parkinson. Seit ich das Blut und den Ring in der Galerie gefunden habe, gehe ich davon aus, dass die... dass die Galerie der Tatort ist. Haben Sie diesen Ring schon einmal gesehen? Darling, I'm an Art Dealer, not a Jeweler. Meine Liebe, ich bin kein Kunsthändler, kein Juwelier. Er ist nicht dumm. Ich bin mir sicher, dass er etwas verheimlicht. Und ganz ehrlich, dann macht er sich doch mit der Tat mitverdächtig, der Idiot. So, dann schauen wir mal, ob der Ring hier passt. Dann haben wir den schon identifiziert. Der, er passt, das ist der Beiß. Das muss Lord Parkinsons sein. Löse den Fall und finde den Mörder. So, erstmal das. In den Schuppen ist eine Leiche vergraben. Ich habe den Ring auf ihren Finger gesteckt und er passt wie angegossen. Ich glaube, ich habe Lord Parkinsons Leiche entdeckt. Ich habe in der Galerie einen Ring mit den Initialen Joe P. gefunden. Wen da wohl gehört? Ihr leitet doch gleich Lord Parkinsons Vorname. Ich glaube, er sagte Jonathan. Das ist, das ist es. Joe P. Jonathan Parkinson. Das Parkinson-Syndrom. Entschuldigung. Über sowas macht man da natürlich keine Scherze. Aber es passt so gut gerade. Eine Reservierung für zwei in einem Hotel in Budapest. Ich bin mir ganz sicher, aber ich habe das Gefühl, nicht ganz sicher, aber das Gefühl, dass Lady Parkinson das Zimmer nicht für sich und ihren Mann reserviert hat. Dann haben wir noch einen Beweis. Den haben wir auch gleich hierhin. Eine Hotelreservierung für zwei. Vorgenommen von Lady Parkinson. Wie es scheint, wollte sie ihren Mann wegen einem anderen verlassen. Macht man sowas? Deshalb sollte man schon ehrlich sein und sagen, nö, du, ich liebe dich nicht mehr. Ich liebe jemanden anders. Aber man wird halt nie dabei ehrlich bleiben. Es gibt welche, die sind da ehrlich, aber nicht immer. So, jetzt können wir hier mit den... Ich lese jetzt nicht jedes Tagebuch-Eintrag, Freunde. Die macht mir zu viele Einträge. Aber jetzt lösen wir mal den Fall erst mal. Bzw. wir können ihn noch ein bisschen ausfragen. Foto mit Passagieren. Hallo, ich habe dieses Bild am Bahnhof gefunden. Es steht zwar ihr Name drauf, aber sie sind nicht auf dem Foto. Wissen Sie, was damit auf sich hat? Ich weiß nicht. Wie ich gesagt habe, ich mich nicht mehr erinnere. Keine Ahnung. Wie ich bereits sagte, ich kann mich an fast nichts erinnern. Ist jemand in der Bildung mit Ihnen familiar? Kennen Sie jemanden auf dem Bild? Nein, ich bin sorry. Jetzt können Sie bitte, lassen Sie mich meine Zeitung zu Ende lesen. Nein, tut mir leid. Und lassen Sie mich endlich meine Zeitung zu Ende lesen. Etwas sagt mir, dass wir mehr weiß als hervorgehen. Ich muss irgendwie die Person auf dem Foto identifizieren. Unbekannter Mann. Hören Sie, ich brauche Antworten. Hören Sie auf zu tun, als hätten Sie Ihr Gedächtnis verloren. Warum sind Sie nicht auf dem Foto? Und wer ist der Mann neben Ihrer Frau? Woher wissen Sie, dass das meine Frau ist? Ich habe diese Passagierliste des Zuges gefunden. Und ihre Namen standen drauf. Sagen Sie mir bitte, warum Sie nicht bei ihr sind. Ich weiß es wirklich nicht. Der Mann auf dem Bild ist Peter Miller. Er ist mein persönlicher Assistent und Fahrer. Er fuhr mich und Lady Parkinson nach Paris. Laut Parkinson redet endlich. Der unbenannte Mann auf dem Bild ist Peter Miller. Sein persönlicher Assistent und Fahrer. Kann ich auch raus? Ja. So Freunde, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze weitergeht. Und wie Lord Parkinson ermordet wurde. Dann schaltet bei der nächsten Folge rein. Wenn es wieder heißt, Runaway Express Mystery. Ich bin euer Holy Diver. Und das war Folge 2 oder 3. Ja, wir werden es sehen. Tschüss.